Let's go! Das war richtig stark, Mann. Okay, ich mach die Kiste offen. Ja, ja, ja! Wegrakete! Nice. Nice, okay. Let's go! Oh, wie geil ist das denn bitte? Einmal eingetroffen. Oh, lol. Gönn dir! Willkommen zu einem neuen Fortnite-Video. Leute, heute gibt es eine ziemlich coole, lustige Runde mit Gustav zusammen. Der ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und was wir gesucht haben, war eine Fernlenk-Rakete. Und was wir versucht haben, war es, dass er mich mit der Rakete zum Gegner fliegt und ich mit meinen Raketen auf den Gegner schieße. Und ihr habt es im Intro schon gesehen, das hat auch funktioniert. Es war eine verrückte Runde mit vielen coolen Situationen. Guckt euch die ganze Sache auf jeden Fall komplett an. Und wir springen jetzt direkt rein. Ganz viel Spaß. Nee, komm zu mir, komm zu mir, komm zu meinen. Schaffst du es noch? Ja, aber hier sind auch welche. Einer aber nur, oder? Ja, aber der ist auch unten rein. Okay, ich habe hier eine Kiste. Er hat eine Waffe. Und C4. Hast du ihn? Nee, aber fast. Er heizt sich gerade mit einem Trank. Nice. Trank noch bekommen? Die ist ja Callout, ja. Let's go. Oh, ich habe auch einen Trank. Nice. Ich habe Minis, ich habe Minis. Ah, sehr gut. Knappe Warnung. Hier. Oh, ist eine grüne AR. Hast du eine AR? Ja, ne? Ja. Stimmt. Achso, du bist da. Ich bin da. Ich bin da. Was ist das für die Tür jetzt hier? Geh hier wieder aufs Dach. Wann ich einfach zum Süden? Ja, ja. Nee, nee, nee. Lass ihn dort Osten. Zu dem... Oh, die schießen auf uns. Die sind hinter diesem kleinen Mini-Stand. Hinter dem... Keine Ahnung, was das ist. Stopp. Takos. Lass da mal hin. Lass zur Olibaum hoch. Ja, aber dann lieber zu dem Haus rechts, oder? Äh. Oh, der ist oben drauf, oder? Ja, zu dem Haus macht schon Sinn. Oh. Oh, die sind gut. Das kann man halt von oben halt einfach, ne? Ja, war nicht so schlau von dem, ne? Genockt, genockt, genockt. Da ist hin, oder? Ja. Und ja, Osten werden wir angeschossen. Ja. Ach, endlich mal ne Shotgun. Och, Rohstoffe. Nice. Der bessere Shotgun. Oh, die kämpfen, die kämpfen? Ja. Ein Headshot passiert. Nice. Ah. Komm. Noch ne, noch ein Kassier. Noch, noch eins. Komm. Genockt, genockt. Du hast die bekommen. Nein. Sorry, mate. Alles cool, aber das irgendwie war es lustig. Ich habe den halt wirklich so runtergeschossen. Oh, die werden von hinten noch angegriffen, glaube ich. Nee, ich bin das. Mit den Granaten. Ah, okay. Raffiniert. Einer wieder noch. Nice. So, da habe ich meinen Kill sogar noch bekommen. Wir sind so gut in diesem Game. Und damit sterben wir hier. Ich sage nicht, dass wir die Besten sind. Wir sind nur sehr gut. Okay. Da kann man uns ja nichts vorwerfen. Gehen auch. Ja, nice, man. Ich behalte erstmal den großen Trank noch. Ist erlaubt. Was Typ, ey. Ja, gut. Ja, finde ich auch. Zu solch, ne? Wie sieht es hier mit Automaten aus? Nix hier. Hier vorne ist keiner. Bei dir auch keiner? Doch, hier ist einer, aber ein grauer. Ich meine, wer weiß, was da drin ist, ne? Nee, kann nichts Gutes sein. Eine Shotgun, noch eine Shotgun und eine kleine SMG mit Scheidepfer. Boah, dreckigste Sch... Gönn dir. Oh, hier ist meine Kiste. Läuft. Oh, gönn dir. Oh, hier ist bestimmt was Todes. Yo, ich hatte gerade diesen Hochklar, den du meintest. Dadurch konnte ich nicht hochspringen. Nicht so geil, ne? Ich glaube allgemein, dass hier... Raketenwerfer. Normaler. Uh, bringst du mit? Äh, ja, hab ich Platz. Ich glaube allgemein, dass hier mega viel nicht gelootet wurde. Hier ist auch noch eine Kiste, nämlich. Nice. Und, äh, Abwürfe. Ich höre Abwürfe. Ja, stimmt. Südwesten, ne? Ja. Südwesten, okay. Na gut, dann wissen wir, wo wir hingehen. Okay. Let's go! Kurz muss ich jetzt hier noch schauen. Ja, alles cool. Kann ich auch verstehen. Haben die das Ding einfach nicht gelootet? Oh, Medipack, nice. 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 Hier auf der Straße liegt das dann Raketenwerfer. Nice. Hier ist ein, äh, Dings. Oh ja, kann ich gebrauchen. Warum nicht? Ich brauche nur die Munition. Ja, viel habe ich da, glaube ich, nicht. Ich habe eins, der ist immer über den Zien, also. Watt? 19? Ja, passt doch. Das ist ein Bereich, der hat doch wohl Dicke. Sagen wir weniger aus, als ich es rausgezogen habe. Nein. Äh, ich habe genau 32 Schuss in, äh, AR, falls du da viel mehr hast. 84 habe ich. Okay. Passt schon erstmal. Äh, wir können ja gucken bei, bei den Abwürfen. Da ist bestimmt was drin. Sind die nicht hier direkt hinten irgendwo runter? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Ich habe null gesehen. Ich habe da gar, ich war drin. Du hast alles mit dem Blick gehabt. Du bist hier der mit der Google Maps Seite offen. Okay. Shit, hätten wir vielleicht davor ausmachen müssen. Nee, keine Ahnung, wo die sind. Ich sehe auf jeden Fall welche im Nordwesten. Äh, jo, jo, jo. Südwesten, Südwesten hat gerade jemand das abgebaut. Die sind ja ganz in der Nähe. Ach komm schon, als ob ich da nichts treffe. Einmal eingetroffen. Oh, lol. Gönn dir. Die Armen. Die Armen, Mann. Oh je, Mene. Nice, nice, nice. So ein bisschen Mitleid. Oh, nice. Hörst du da ja. Gönn dir. Okay, ich habe jetzt, äh, bestimmt ein bisschen Sniper-Money. Ja, hier. Wie? Sniper-Money habe ich jetzt schon, jetzt 40. Ich habe 51 Eier-Munition. Ich 76, nicht viel mehr. Ja, dann komm, lass den Nordwesten. Ja, da wird gekämpft, ne? Hast du ein Jump-Head? Oh, wie, habe ich den nicht getroffen? Ja, wie? Ich habe zu hoch geschossen anscheinend. Hast du ein Jump-Head? Äh, nein. Hast du Raketen? Ey, jetzt mal ehrlich hier. Ich hole ihn, ich hole ihn, kein Problem. Wenn das jetzt trifft und er nicht checkt, dass die Komponenten, ne? Oh je, oh je, oh ja, 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 ja. Ah. Okay. Junge, ich verstehe gerade nicht, warum ich ihn nicht getroffen habe. Ich war, ja, keine Ahnung. Ich war mit dem neuen Schusssystem noch nicht ganz so klar. Ehrlich nicht. Da waren zwei, ne? Ich weiß nicht, wo der zweite ist. Beide hier. Ah, da, okay. Okay, ich gehe rechts rum. Dachtest du wirklich, du kannst mich hier... Wie er denkt, dass er hier die Shots irgendwie rauskriegt. Komm, den holst du dann. Gut angehittet, gut angehittet. Genau, den habe ich auch schon gehabt, also läuft vor uns. Der andere ist hinter dem Ding. Komm, komm, komm. Oh, das sind noch andere. Hinter uns, hinter uns. Ja, lass schnell pushen. Eingenockt, eingenockt von denen. Hab ihn. Nice, gute Arbeit. Okay, wo sind die anderen? Oh, fuck, fuck, fuck. Ich habe einen Jumphead für den Notfall. Wo sind die anderen? Die kommen aus dem Osten. Ja, die sind da hinten. Bei dem gebauten von denen. Ich habe nichts mehr zum Bauen. Eingenockt, eingenockt, eingenockt. Oh, Gott. Nice, gute Arbeit. Tschak, tschak für dich. Hast du kleine Shieldies? Nee, leider nicht. Aber ich habe die noch nicht fertig gelootet. Let's go. Ich liebe dieses Game. Das war richtig stark, Mann. Ganz ehrlich. Oh, noch welche. Shit. Absolut im Arsch. Einer down. Der andere. Oh, er pusht mich. Und, nirgendwo? Den haben wir. Der ist kein Problem. Save nicht. Nice, Mann. Das ist einfach nur stark, Mann. Let's go. Okay, ich komme jetzt mal den Chuck. Fuck. Alter. Lol, Alter. Wir reißen die voll auseinander. Wo kamen die denn jetzt noch her? Die kleinen Schlawiner. Die sind auf jeden Fall in ihren Tod gerannt. Das kann ich nur sagen. Hier ist eine Scarf. Falls du noch keine hast. Ähm, habe ich noch keine. Bleib mit meiner Burst. Okay. 109 Schuss. Irgendwie habe ich erwartet, dass man nach sowas wesentlich mehr hat. Das sind viele Schüsse gefallen. Das hat sich so ein bisschen verteilt. Das ist auch richtig. Ähm, ich nehme die Zoom-IR mit. Die Zoom-IR. Mhm. Hast du noch Raketen? Äh, ich habe insgesamt 11 für meinen Raketen-Ganatwerfer. Ah, du hast ja auch Stütz, stimmt. Ja, ich mag den schon mitnehmen. Jaja, klar. Auf jeden Fall. Ist ja auch geiler einfach. Äh, hier ist noch ein Raketenwerfer, aber das bringt nichts, ne? Wie viele sind da immer drin in denen? Warte mal, ich gucke mal kurz, ob ich jetzt mehr Raketen habe. Äh, ne, leider nicht. Okay. Aber das ist ein lila Raketenwerfer, falls du einen anderen hast. Ah ja, dann nehme ich ihn auf jeden Fall mit. Okay. Äh, absolut Job. Nordwesten. Nice. Komm schon, bitte, bitte, bitte. Klingt, als wäre der genau knapp hinter dem Berg. Okay. Können natürlich über den Berg, falls da schon welche hingehen. Irgendwie alles gefährlich, so hier jetzt hochzubauen, weißt du? Ja, okay. Ich bin bei Dusty-Gart-Unsicher. Lass uns einmal hier vorbeigehen, oder? Ah, der ist ein gutes Stück weg, der Berg. Okay. Äh, der Berg ist direkt hier, aber der Abwurf ist ein gutes Stück weg. Der Berg, der ist, der ist immer weiter weg, je öfter mal hingucken. Alter, dieses Aufpoppen von diesen komischen Fernglässern, ne, auf den Bergen. Ja. Jedes Mal ein kleiner Herzentakt. Kann ich vollkommen verstehen. Ist der echt so weit weg? Kam mir so nah vor? Ja, irgendwie schon. Irgendwo im Tal sogar. Oh, oh. Ja. Wer will denn sowas? Minus Aktion vom Spiel, ganz eindeutig. Oh, Junge, Alter, wie wir die gerade geholt haben, legendär. Das war ein geiler Kampf, holy shit. War richtig krass. Oder im Wasser ist einer gelandet. Ja, ich, ich, ich habe einfach Angst vor Wasser. Ich bin Wasser-Schatz. Ne, ich kann es voll verstehen. Das ist auch immer gefährlich. Man darf da echt nicht draufgehen ohne viele Materialien. Das geht einfach nicht. Machst du, oder wie? Ja. Das Schöne ist, da hat schon irgendwer wieder was rausgebaut. Hey, hey, bauen wir gleich einfach weiter, oder wie? Ich würde es schon sagen, oder? Okay, zu dem dann. Gut, was haben wir hier Schönes? Was Goldenes. Ein Schack, nee. Ich habe hier Scharfschützengewehr. Willst du das haben, oder soll ich das nehmen? Nimm du. Und ein Trank ist noch da. Den kannst du dir gönnen. Ein großer Schildtrank. Oh ja, gönne ich mir schnell. Es sind zwei, geil. Ah, nice. Dann habe ich keine Bandagen mehr dabei. Okay, dann baue ich mal weiter direkt. Nice, Mann. Ja, jetzt habe ich eine richtige Sniper. Das freut mich. Tschüss. Wie viel Material hast du jetzt noch? Ich habe noch 760 Holz. Oh, okay. Genau, deswegen. Doch, durch mir baue ich das mal. Okay, dann kann ich das voll verstehen. Das ist mehr Holz, als ich insgesamt Material. Okay, wir müssen untilted vorbei. Jetzt ist die Frage, rechts rum, oder? Ja, rechts. Nicht durchs Tal. Wäre jetzt eher durchgegangen. Ja, wir haben auch keine Zeit. Ich glaube, wir müssen durch. Ja, ist cool. Warum nicht? Ja, Tilted. Ich habe immer ein bisschen Angst. Ich bin ehrlich. Sei doch nicht so. Ja, ich muss auch mal irgendwann so eine Session machen, wo ich nur hier die ganze Zeit lande. Das geht halt echt klar, Mann. Keine Ahnung. Ich habe Tilted wirklich zu schätzen gelernt. Okay, ich sehe welche. Und zwar im Süden. Ja, okay, okay, okay. Wir könnten ihren Weg einfach nutzen und mit hochbauen. Ich habe es zu spät gesehen, um zu schießen. Aber ist okay. Ich habe auch ein Jumphat. Uh. Aber würde ich jetzt noch nicht verschwenden. Das erst mal ran. Wir sind zu tief dafür. Na, man könnte sich jetzt hochbauen, aber das fühlt sich auch irgendwie falsch an. Hä? Okay, warte mal. Die sind da. Die kommen wieder zurück. Wait, what? Was machen die hier? Hä? Ich bin mir nicht... Genau. Das sind nämlich zwei Leute irgendwie plötzlich. Das sind andere. Ah, die wollten den Weg auch benutzen. Ich habe einmal getroffen, den einen. Okay, hochpushen. Ach, du pushst schon hoch. Ich schieße die ganze Zeit nur drauf. Ja, ich weiß nicht, ob du... Du kriegst jetzt die Kills ab. Let's go. Keine Ahnung. Ich habe ein bisschen Angst. Dorte, dorte. Ich glaube an dich. Aber die bauen sich hoch. Oh, und ich baue mich ein, aus Versehen. Okay. Ich helfe dir etwas mit Raketen, äh, Granaten. Die sind hier ein bisschen aufgeteilt. Das macht mir Angst. What the... Jetzt aber im Ernst. Okay, warte mal, ich komme wieder zurück. Warte mal, du hast ihn gekillt, oder? Nein, ich weiß von nichts. Ich bin erst mal weg hier. Lungs. Wo kam die her? Der ist ja unten drin. Okay, shit. Komm, lass hoch, lass hoch, lass hoch. Genau. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob hier noch einer ist oder nicht. Er hat mir neun Schaden gegeben. Da ist... Oh, ja, da sind welche direkt hier beim Hütchen. Okay. Ich baue mich hoch und haue die Rakete runter. Okay. War alleine. Okay, unten haben wir noch einen. Denk dran. Wir müssen jetzt hochkommen. Ach, waren es zwei? Ja, es sind zwei Leute gewesen eben. Die kommen? Ja, ja, die sind, die sind hier. Oh, fuck. Krieg ich den einfach nicht, ne? Oh mein Gott, das war ja so behindert. Alles gut. Der war One-Shot und ich habe ihn nicht bekommen. Jemand aus Süden hat um eine Rakete drauf geschossen, glaube ich. Okay. Hast du den... Hast du den großen Trank noch über? Ja. Geh mal die kleinen mit. Oh, soll ich ja aufteilen? Äh, teile auf. Ist, glaube ich, es ist besser, wenn jeder hat. Verstehe. Oder? Ja, ja, finde ich gut. Äh, okay. Im, äh, Nordosten war ein Lootrop, der gerade geöffnet wurde. Wollen wir hin? Ja, klar. Let's go. Finde ich gut. Okay, ich war mal nicht höher. Ich habe ein bisschen Angst. Finde ich gut. Schaffst du es hoch? Sorry, Matt. Klar kann ich das. Äh, die haben sich da eingebaut. Ach, da vorne, okay. Aber lass direkt, dass eine kleine Ding kaputt schießt mit deinem Raketenwerfer. Ja. Was das stützt und dann fallen die schon raus. Genau, ich komme hier. Ach so, oder ich mache einfach mit meinem Granatwerfer auch. Ach, ich muss den erst nachlanden. Beide. Oh, Mann. Gut geht es, gut geht es. Jo. Down. Let's go, Mann. Das ist einfach ein Wundervoll gerade, ne? Wunderschön ist das, ja. Goldene Scar, kann ich? Willst du? Ja, ja, ich bleib bei meiner Bürst. Ich mache die. Ah, hier sind zwei Goldene Scars, falls du willst. Ich bleib trotzdem bei der Bürst. Das macht mir einfach gar zu viel Spaß mit der. Ne, ne, die ist gut. Kann ich verstehen. Okay, ich brauche hier mal was Kleines. Okay. Willst du dich etwas heilen, oder? Ne, aber ich will einfach kurz gucken. Du machst auch so eins mit einem Stützding. Unangenehm. Also im Süden ist halt dieser riesige, genau. Absolut Drop. Ja. Wo ist der? Hier direkt bei uns, warte noch kurz. Lass ihn erst mal landen. Ich habe ein Jump Head, by the way. Okay, nice. Ich habe ein Feuer. Ich gehe ein bisschen weiter nach links. Wir haben auf jeden Fall noch mehr als ein Gegner-Team. Ah ne, warte mal. Fünf nur noch. Fünf Gegner. Drei Gegner. Exaktum und doch. Fünf Gegner. Er sieht uns selber als Gegner an. Die einzigen, die jetzt hier noch den Sieg verhindern können, sind wir selber. Okay, da oben steht ein Jump Head, wo wir es eben meinten. Okay. Warte mal, ich komme mit hoch. Zu dir. Also natürlich steht es da, weil die nicht drin sind. Okay. Ja, das ist schon längst weg. Wo siehst du denn jemanden? Mich habe ich auch mal drauf geschossen. Ich weiß auch nicht, warum. Ist mir leid. Ich mag Raketen zu sehr. Toll. Ja, die sind wahrscheinlich echt. Leute, 236. Eingedout, let's go. Ich sehe sie nicht, ich sehe sie nicht. 240. Links von dem höheren Teil. Sind oben oder was? Ja, die haben sich da gerade eingebaut. Ah ja, ich sehe da oben. Ja. Die haben sich nicht eingebaut, glaube ich. Toll. Okay, ich mache die Kiste auf. Ja, ja, ja. Lenkrakete. Soll ich den einen noch finishen? Dann haben wir einen Gegner übrig. Äh, ja, wenn wir das schaffen. Okay, wie machen wir das jetzt? Achso, die sind tot. Jo, tot. Beide. Okay. Also, ich soll dich schießen, ne? Wäre am schönsten, glaube ich. Ja. Dann, äh... Okay, hier gedroppt. Geil, hast du genug Raketen für dich? Ich habe 18. Okay, dann müssen wir den nur noch finden, ne? Ja, lass mal in die Zone. Machen wir das so, dass ich die Rakete weit weg starte und du da drauf springst? Äh, ich glaube, sehr nah ist tatsächlich das Beste. Okay. Weil die am Anfang sehr langsam ist. Okay. Wollen wir es einmal testen? Ja, klar, warum nicht? Wollen wir so eine kleine Plattform? Okay. Stell ich vor mich. Jo. Und... Ah, okay. Bisschen schneller. Ich mache einfach direkt daraus. Hä? Ich meine, die... Was macht die? Siehst du das? Nee. Die Rakete fliegt gegen den Baum die ganze Zeit bei mir. Okay, ist kaputt. Lol. Mach. Nice. Nice, okay. Let's go. Nicht ganz nach oben, übrigens. Hä, wo ist der? Bist du den? Nee. Der muss ja langsam rüberkommen, ne? Flieg mich im Notfall wieder zurück, ne? Du hast ja... Kannst nicht ewig. Oh, wie geil ist das denn bitte? Okay, ich komme wieder zurück. Lol. Der Hammer. Wo ist der wohl, ne? Der muss ja zu uns kommen. Das macht schon Sinn. Wir machen eine richtig schöne Start- und Landebahn, Junge. Genau. Wollen wir nochmal? Ja. Go. Ja. Jawohl. Vielleicht hier rechts? Unten im Hügel? Nee. Hä? Oh, es ist so kompliziert. Kann ich nicht so schnell wie ich will machen? Ich komme halt nicht mehr hinterher, Mann. Denk dran, mich wieder zurückzufahren. Hä, wo ist er? Das ist so schön. Ich habe noch fünf Raketen, aber ich glaube, das reicht. Ja, also jetzt müssen wir ihn eigentlich finden. Okay. Ey, wie gut wir das jetzt können hier. Let's go, Mann. Wo ist er denn? Hä? Ich glaube, hier ist es nicht. Hier oben? Nein? Nee. Ich bin schon gar nicht mehr drin gewesen. Ja, ich bin auch gedrängt, dass er machen soll. Ich kapiere das nicht. Wo ist er? Es wäre so cool, wenn er oben wäre, aber leider ist er das nicht. Naja. Nochmal? Ja. Okay. Ey, du bist ja der Meister drin geworden. Ja, die ist halt so langsam am Anfang. Der muss hier unten sein, oder? Siehst du den irgendwo? Ich schieße mal. In die Büsche rein oder so, ne? Hä? Meine Raketen fliegen nicht raus, wenn ich schieße. Nein, wurde das gefixt? Doch, die fliegen. Okay, jetzt fliegt sie. Okay. Der ist hier direkt im Busch. Ah. Der ist direkt hinter mir. Okay, ich komme wieder hoch. Komm einfach hoch, komm einfach hoch. Scheint hier ein Pleb zu sein. Ein Mega-Pleb. Nice. Okay, da ist er unten in diesem komischen... Ja. Einfach nochmal dahin fliegen, wo wir gerade waren. Alles klar, Mann. Mach ich. Let's go. Komm schon, komm schon. Und schön ruhig fliegen. Ja. Da hier, genau, bei dem Busch. Warte, ich drehe hoch. Nein, warte mal, komm, keine raus. Ach so, du schießt gegen das Teil, deswegen. Wie gegen das Teil? Du schießt gegen die Rakete, wenn du so einfach direkt drunter schießt. Ah, okay. Ich müsste irgendwie, ähm, ich weiß es nicht, dich dazu bekommen, dass ich da drauf zufliege, zum Beispiel. Okay? Ja. Oh. Oh, ist mein Fehler? Ich habe auch einfach daneben gezielt. Okay. Das ist die letzte Rakete, die ich gerade habe. Okay. Oder sonst abgeben. Okay, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo der ist. Der war hier unten in diesem Busch. Hast du ihn getroffen? Nee. Hm. Okay, kannst du mir Raketen abgeben? Ja. I have nothing left. Ach, komm schon. Warum? Was ist das? Das ist doch scheiße. Warum machen die das? Also das, also das war jetzt schon frech von denen, muss ich sagen. Ich glaube, der war wirklich in diesem Busch die ganze Zeit. Ich bin mir echt nicht sicher, warum das nicht funktioniert hat mit den Raketen. Das war richtig komisch. Der letzte hat auf jeden Fall getroffen, den du geschossen hattest. Weil ich habe auch die Hälfte meiner Raketen nicht gesehen, nicht gehört. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, du hast halt wirklich quasi nach unten gezielt. Und dann hat die sich nicht gestartet, weil du quasi auf die Rakete von dir gezielt hast. Das ist nicht komisch. Ah, das ist so enttäuschend gewesen von dem. Ich glaube, wir müssen ein ernstes Wörtchen mit dem reden. Müssen wir wirklich machen mit dem D-Vox 13. Warum hast du uns das eingetan? Aber Leute, es funktioniert auf jeden Fall. Man kann auf dieser Rakete reiten und eigentlich runterschießen. Keine Ahnung, was jetzt gerade nicht funktioniert hat. Aber wir werden es irgendwann in der nächsten Zeit nochmal testen. Und schaut natürlich bei Gustav gerne vorbei. Und danke fürs Mitspielen. Ja, klar, Mann. Und danke fürs Rumfliegen. Das hat mir Spaß gemacht. Lasst eine Bewertung da, Leute. Und lasst ein Abo da für weitere Fortnite-Videos. Das war es von mir. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.